Was ist eine Initiative, die ich in DEMA erlebt habe, von Miserior? Vor Ort ganz schwere Arbeit natürlich leisten, Jugendliche, die schreckliche Lebensperspektiven haben und die da rauszubringen und das, wie gesagt, gemeinsam zu versuchen. Also meine Erinnerung ist immer stark und gut, gerade an diese gemeinsamen Initiativen. Ich glaube nämlich, dass die Welt so etwas wie Global Governance braucht, in der Regierungen oder Vertreter von Regierungen, Zivilgesellschaft, Kirchen, Gewerkschaften ein Netz bilden, um dafür zu sorgen, dass es Regeln in dieser Welt gibt. Regeln, die dazu führen, dass sozusagen die Stärke des Rechts herrscht und nicht das Recht des Stärkeren. Also es kommt immer darauf an, was man unter Entwicklungszusammenarbeit versteht. Ich habe unter Entwicklungszusammenarbeit immer natürlich verstanden, die Ausweitung der Freiheit für eine immer größere Zahl von Menschen. Und das hat natürlich viele Ausprägungen, aber es macht jedenfalls deutlich, dass es nicht das Gib-und-Nimm-Prinzip ist, sondern dass es auf die Eigenständigkeit abhebt und orientiert und dass Entwicklungszusammenarbeit so etwas wie globale Strukturen verändern muss. Ungerechten Welthandel mit dazu beitragen, dass die Finanzmittel gerecht gewichtet werden. Immer noch 1,7 Billionen US-Dollar für Rüstung in der Welt, die jedenfalls so viele Probleme in den Ländern hat, die Differenzen oder die wachsenden Abstände zwischen Arm und Reich in den Gesellschaften zu verändern und sich der Tatsache zu stellen, dass die höchste Zahl von Armen mittlerweile in den sogenannten aufstrebenden Schwellenländern leben. Und daraus müssen Schlussfolgerungen gezogen werden. Also es ist ja auch ein lernendes System. Insofern, die alte Entwicklungshilfe, die ist natürlich schon lange vorbei und muss auch schon lange vorbei sein. Einmal natürlich, sich zur Stimme der Gerechtigkeit zu machen, auch immer dafür zu sorgen, dass in der Welt Gerechtigkeit angemahnt wird, also die Stimme der Gerechtigkeit zu sein und damit auch durchaus Druck in der öffentlichen Weltmeinung, europäischen Meinung, aber auch deutschen Meinung, zur Frage der Veränderung von Politik beizutragen. In einem Vorort in Lima, wo Jugendliche den Elektroschrott auskochen und das Blei und das, was anschließend da in Anführungszeichen ausgekocht wird, dann verkaufen. Und die Kinder, diese Jugendlichen hatten alle erhöhte Bleiwerte zum Beispiel. Also mit dafür zu sorgen, dass die trotzdem eine Chance auf Arbeit haben, aber eben nicht ihr eigenes Leben auf die Art und Weise im frühen jugendlichen Alter im Grunde schon dahin siechen. Also und dass trotzdem es möglich ist, dass man mit dazu beiträgt, dass sich das verändern kann, das ist es eigentlich. Es gibt immer schwere Erfahrungen, aber insgesamt bin ich eigentlich immer ermutigt zurückgekommen, weil ich mir gesagt habe, wenn das geht und wenn man das schaffen kann, dann wird von uns gar nicht so sehr viel verlangt, außer ein bisschen Mut und auch mal gegen den Stachellücken, aber das muss sein.